Auf diesem Ort liegt ein Zauber. Sehr dunkel. Sehr mächtig. Dieses Mal kann ich nicht darauf hoffen, ihn allein zu zerstören. Zeiten wie diese, dunkle Zeiten, können Menschen zusammenführen. Nimm eine Hand. Und sie können sie auseinanderreißen. Diese Mädchen, die schaffen mich, Harry. Dieses Jahr. Voldemort hat Draco Malfoy für eine Mission auserwählt. Kommt das Böse aus ihrer Welt. In unserer Hand. Wir leben in verrückten Zeiten. Und eine dunkle Stunde, unvorstellbar, schlägt uns allen. Ich habe in meinem Leben wahrhaft grauenvolle Dinge gesehen. Was du sehen wirst, ist schlimmer. Du bist der Auserwählte, Harry. Dir muss klar sein, wer du bist. Ohne dich überlassen wir das Schicksal unserer Welt dem Zufall. Du hast keine Wahl. Harry, nein! Du darfst nicht scheitern. Es ist vorbei. Von Warner Brothers Eichers. Zinnik! Haktis! Tepros! Ich muss das machen. Los, wehren Sie sich, Sie Feigling! Wehren Sie sich! Los, wehren Sie sich! So, wenn du so wehren Sie Schicksals! Vielen Dank.